Teil 29 Reihenhaus-Idylle Montag, 21.30 Uhr Madison wollte Green später unbedingt davon überzeugen, dass Britannien berühmt für seine kreativen Reihenhaus-Individualisten sei. Reine Zeitverschwendung. Green glaubte ihr kein Wort. Sein Besuch in der Firewall Street an jenem Abend hatte ihn felsenfest vom Gegenteil überzeugt. Das farblose Ehepaar aß in seiner eierschalenfarbenen Küche zu Abend. Mrs. Dunsmith räumte hinterher auf und putzte jedes Krümelchen penibel weg. Mr. Dunsmith ging ins Schlafzimmer und zog sich um. Die Stoffhose drapierte er ordentlich über einen Herrendiener. Sobald Dunsmith die Schlafzimmertür hinter sich zugezogen hatte, kroch Green aus der Hosentasche und erkundete die Wohnung. Die Fliegengestalt war in dieser Umgebung keine sonderlich gute Tarnung. Alle Räume waren in beige Tönen gehalten, spartanisch eingerichtet, nirgends irgendein Nippes oder gar eine Pflanze, die als Deckung herhalten könnte. Das Reihenhaus war zum Glück nicht besonders groß. Zu guter Letzt krabbelte er durch das Schlüsselloch einer Tür im Dachgeschoss. In dem Raum waren die Wände rosa gestrichen. Auch die Möbel waren Bonbonfarben. Ein Teenager-Zimmer, sorgfältig aufgeräumt. Das krasse Gegenteil von Raymonds Zimmer. Bei genauerer Betrachtung war es hier jedoch fast gespenstisch ordentlich. Keine Klamotten, keine Zeitschriften. Kein Stäubchen, kein Härchen, nichts. Auf einem kleinen Tisch waren Bilderrahmen aufgestellt. Green sah die Porträtaufnahme eines hübschen, braunhaarigen Mädchens mit großen, dunklen Augen. Daneben war ein Familienfoto. Glückliche Gesichter. Dunsmith sah auf den Bildern gelöst, fast heiter aus. Er hatte wenig gemein mit dem mürrischen Mann, der vorhin ihre Pläne durchkreuzt hatte. Green kroch durch das Schlüsselloch zurück und wagte sich in das Wohnzimmer. Er landete auf dem Türrahmen. Das Paar saß nebeneinander auf einer dunkelbeigen Couch und schaute fern. In der Werbepause kam ein Gespräch in Gang. Warum hast du morgen eigentlich Frühdienst? fragte die Frau mit nasaler Stimme. Kollege Smith hat getauscht. Er muss zu einer Beerdigung, antwortete der Mann knapp. Ach so? Wer ist denn gestorben? Hat er mir nicht gesagt. Was machst du morgen? Kannst du dir das nicht merken? Morgen Vormittag bügle ich wie jeden Dienstag die Wäsche. Nachmittags arbeite ich wie jeden Dienstag von eins bis sechs im Supermarkt, erwiderte die Frau in einem nörgeligen Ton. Sie strich dabei die nicht vorhandenen Falten ihres Kleides glatt. Entschuldige, natürlich, morgen ist ja Dienstag. Übrigens, ich besuche Mary am Nachmittag. Vormittags bin ich ja bei der Arbeit. Es könnte spät werden. Ist recht, antwortete sie leise und suchte nach unsichtbaren Krümeln auf ihrem Kleid. Green zog sich ins Schlafzimmer zurück und flog zur Deckenlampe. Der Raum war überschaubar. Ein Schrank, ein Ehebett, der Herrendiener und zwei Nachttischchen, auf denen Tischlämpchen und ein Wecker standen. Bald darauf hörte er im Bad nebenan Schrubb- und Gurgelgeräusche. Eine Minute später kam Dunsmith herein. Im Gehen knöpfte er sein Pyjama-Oberteil zu und Green erhaschte einen Blick auf seinen grauen Brustpelz. Der Mistkerl behielt die Kette beim Schlafen an. Kurz darauf schlüpfte das Ehepaar ins Bett und Betty gab ihrem Mann einen Gute-Nacht-Kuss. Dann knipsten sie die Nachttischlampen aus. Von draußen drang verhalten das Licht der Straßenlaterne herein. Green blickte auf Dunsmith herab. Er lag auf dem Rücken, hielt krampfhaft die Kugel in seiner Hand und starrte an die Zimmerdecke. Im Schlafgemach Montag, 23 Uhr Dunsmith konnte nicht schlafen. Heute hat er alles wie am Schnürchen geklappt. Trotzdem, der Auftrag ging ihm an die Nieren. Es war um so vieles einfacher, nur Worte aus Voxhall zu schmuggeln. Wie immer hatte er letzte Woche sein Info-Update an der vereinbarten Stelle deponiert. Diesmal kontaktierten ihn seine Auftraggeber sofort. Sie boten ihm 15.000 Pfund in bar auf die Hand, wenn er die Kugel beschaffte. Weitere 2.000 Pfund, wenn er herausfand, wann und wohin der Quantenrechner abtransportiert werden soll. Er brauchte das Geld. Dunsmith ging zum dritten Mal den Plan für den morgigen Tag durch. Hatte er auch an alles gedacht? Er holte Tiefluft und umklammerte die Kugel mit eisernem Griff. Er tat es für Mary, ihr Nesthäkchen. Zwölf Jahre nachdem sie ihren zweiten Sohn auf die Welt gebracht hatte, wurde Betty noch einmal schwanger. Eine Nachzüglerin. Anders als bei den älteren Brüdern hatten sie die Kleine von Anfang an zu sehr verwöhnt, ziemlich viel durchgehen lassen. Die Schule war ja auch kein Problem für sie. Mary hatte gute Noten. Es war ein einfaches, schönes Leben und sie waren eine normale, glückliche Familie. Als Mary 15 wurde, veränderte sie sich. Er und Betty merkten es nicht sofort. Die Ungereimtheiten schlichen sich unauffällig in den Alltag. Eines Abends rief das Krankenhaus an. Ihre Tochter hatte sich auf einer Flatrate-Party betrunken. 2,5 Promille. Ein Ausrutscher. Oder? Die nächsten Wochen passten sie gut auf ihren Liebling auf. Dann, an einem Samstagabend, fragte Mary, ob sie zu Sarahs Geburtstagsfeier gehen dürfte. Eine Übernachtungsparty. Sie erlaubten es. Sarah war ein braves Mädchen. In Wahrheit zog Mary mit ihrer alten Clique um die Häuser. Einer der rotzbesoffenen Bengel kam um Mitternacht auf die Idee, eine kleine Spritztour mit dem Auto zu machen. Er knackte einen Toyota und zu viert düsten sie los. Er übersah einen palpenden Geldtransporter und fuhr frontal auf. Beim Crash kam der Fahrer ums Leben. Mary wurde schwer verletzt. Das Paar auf dem Rücksitz kam mit Knochenbrüchen und Prellungen davon. In der ersten Zeit gab es noch Hoffnung, aber sie erfüllte sich nicht. Nach etlichen Wochen wurde sie in ein Heim für Komapatienten abgeschoben. Es bot die Standardversorgung. In seinen und auch in Bettys Augen war die Unterbringung mangelhaft. Sie wollten ihre Tochter in der Nähe haben. Sie wollten eine bessere Versorgung. Dazu war Geld nötig. Mehr Geld, als er verdiente. Betty wusste nicht, wie er es beschaffte. Sie fragte auch nie nach. Es war gar nicht schwer gewesen. Er arbeitete seit seiner Ausbildung für den MI6. Im ersten Jahr wurde er von einer ausländischen Firma angebaggert. Sie wollten ihn als Informant in Vauxhall Cross. Damals hatte er empört abgelehnt und seinen Vorgesetzten Bescheid gegeben. Als er später das Geld brauchte, frischte er den Kontakt auf und verdiente bald genug, um das private Pflegeheim am Londoner Stadtrand bezahlen zu können. Er hatte überhaupt kein schlechtes Gewissen. Schuldgefühle konnte er sich nicht mehr leisten. Bei dem momentanen Auftrag musste er höllisch aufpassen. Die Sache war eine Nummer zu groß für ihn allein und er durfte unter keinen Umständen auffliegen. Erneut ging er seinen Plan für den nächsten Tag Schritt für Schritt durch. Als Blue auftauchte, war die Lage unverändert. Der Kerl lag wach im Bett und starrte mit leeren Augen zur Zimmerdecke. Ah, das schlechte Gewissen raubt ihm den Schlaf, sendete Blue auf Ultradoppelwelle. Gute Idee, die Frequenz ist optimal, kam Greens Antwort fluchs zurück. Ist terrestrisch absolut abhörsicher, oder? Auf alle Fälle. Ich komm vom MI6. Dunsmith hat Frühschicht. Er fängt um 7.30 Uhr an. Zurück nach Voxhall wird er Red nicht wiederbringen. Also lässt er die Kette entweder hier oder die Übergabe ist vorher, signalisierte Blue. Gut, gib den anderen Bescheid. Wir brauchen ein sicheres Ablenkungsmanöver. Frühestens 8 Uhr. Mrs. Dunsmith soll mindestens 5 Minuten beschäftigt sein. Die Zeit muss für den Impuls reichen. Bisschen knapp. Was machen wir, wenn er Red mitnimmt? Überrede Raymond. Ach, egal wen. Einer von ihnen soll morgen früh Dunsmith abpassen und beschatten. Und komm bald wieder. Ich hab zu viel Energie bei der verdammten Fliegerei verbraten. War keine gute Idee. Es zieht wahnsinnig viele Gravitonen. In diesem Moment drehte sich Dunsmith mit einer ruckartigen Bewegung auf den Bauch, packte sein Kissen, umklammerte es und presste seinen Kopf hinein. Minuten später schlief er. Das Kissen hielt er die ganze Nacht wie eine Rettungsboje fest umschlungen. Das war Teil 29 von Scromax London Besuch. Alle Hörbuchteile zum freien Download auf scromax.de 3. 2. 1. 1. 2. Vielen Dank.